So, einen wunderschönen guten Tag. Auch von mir einen wunderschönen guten Tag. Es ist mal wieder soweit, denn langsam aber sicher ist es mal wieder Zeit für ein neues Gewinnspiel hier bei Schuh Plus. Ganz genau. Wir verschenken 100 Paar Schuhe. 50 für Damen und 50 für Herren. Ganz genau. Um das noch genauer zu sagen, es sind 50 Herren Schuhe von der Marke Skechers. Wir können mal so ein paar Modelle mal eben zeigen. Und es sind 50 Modelle von der Marke XL Fitters. Das sind natürlich die Modelle, die wir jetzt hier von Skechers haben. Zwei von, man sieht es hier im Geschäft, wir haben unglaublich viele davon. Und der Gewinner darf sich dann quasi eines davon aussuchen. Die Aktion gilt im Webshop und logischerweise hier dann auch nachher für die Einlösung stationär. Und freie Auswahl gilt dann natürlich auch für die Marke Fitters. Zeig mal ein paar Modelle, haben wir da jetzt dahingestellt. Halbschuhe zum Beispiel oder aber auch Ballerinen und Sandalen, weil früher kommt, ja, da kann man immer eine Sandale ein. Mit großen Schritten. Passt übrigens hervorragend zu uns, ne. Plus, schon übergroßend, irgendwie mit großen Schritten. Mit großen Schritten. Da muss man mal drüber nachdenken. Unabhängig davon, das ist jetzt eine Tagesaufgabe. In dem Sinne wünschen wir allen natürlich toi 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 dabei viel Glück. Und wir halten Sie wegen des Gewinnspiels natürlich auf dem Laufenden. Und dieses gilt bis zum 28. Februar. Bis dahin läuft das Ganze. Bedingungen, Gewinnspiel, steht alles natürlich in den Teilnahmebedingungen. In dem Sinne wünschen wir allen viel Glück. In dem Sinne viel Spaß und viel Glück. Bis dann. Ciao. Ciao.